Hallo zusammen, ich bin Ursula Reindell, ich bin freischaffende Malerin und Bildhauerin. Heute lade ich euch ein, mit mir zusammen mit dem Medium Aquarell zu experimentieren, zu meditieren, den Alltag zu vergessen und viel Neues zu entdecken. Nach einer kurzen Materialübersicht erproben wir praktisch einige meiner Lieblingsaquarelltechniken, die ich selbst in meiner Arbeit einsetze. Danach malen wir gemeinsam sieben verschiedene Aquarelle, leicht, spontan und experimentell. Ihr lernt im Kurs sicher und entspannt mit Aquarellfarben umzugehen und werdet danach in der Lage sein, selbst einige schöne Aquarellbilder zu kreieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017